Hallo, ich begrüße Sie zur wissenschaftlichen Tagesschau heute. News for the Clever zu die Basis, wir 2020-Frag-Partei. Es geht natürlich auch immer um den kooperativen und antikooperativen Anteil. Und wir natürlich auch darüber, was wird aus, die Schlüsselfrage, die mit der wir uns ja jeden Tag beschäftigen, ist, was wird denn aus den Parteien aus Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Iva Rosen und all den anderen Prominenten, die Mitglieder in den neuen Parteien sind? Werden diese Parteien kläglich scheitern oder werden sie erfolgreich? So, dann schauen wir mal, was wir sozusagen an Kurznachrichten haben. Wir machen erst die Kurznachrichten. Sie sehen es, unsere neue Technik. Sie könnten jetzt gerade hier sein. Also sehen Sie meine Hand. Da könnten Sie jetzt Gast sein. Heute Abend ab 20 Uhr ist die erste Talkshow mit dieser Technik, mit der Google Meet-Technik. Ja, und hier ist da oben, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt sehen können, hier da oben ist quasi so eine Schaltung mit einem befreundeten Sender, der so eine Generalschaltung hat, sodass die dann immer die Möglichkeit haben, technisch mitzuschneiden oder zumindest da zu sein, sodass wir dann die Möglichkeit haben, technisch mitzuschalten. Also das ist einfach nur eine Technikschaltung. Da ist jetzt keine Person, sondern nur eine Maschine, also nur ein Computer letztendlich, der das macht. Ja, so, dann schaue ich doch mal weiter. Ja, kurz Nachrichten. Naturgesetzlichkeit, naturgesetzliche Beweisführungen schlagen jede Studie und alles andere in der Naturwissenschaft. Es muss deswegen in unserer Kultur, also allen, die sozusagen hier diesen antikooperativen Anteil leugnen, also der ganze Mainstream, wo die Evolution so verlaufen ist, dass natürlich nur Journalisten und Politiker richtig große Karrieren gemacht haben und erfolgreich wurden, die in keinster Weise in Konflikt mit den Großkonzernen gekommen sind, mit den Werbekunden oder sonstigen Parteispenden-Schenkern oder sonstigen, wo man sonst reich beschenkt wurde von allen Seiten. Und wenn man dann eben mit den Großkonzernen in keinerlei Konflikt, wie kommt man mit den Großkonzernen in der Evolution in keinerlei Konflikt? Schluck Wasser, bitte hier unten rechts, schneller drehen, da unten rechts bei YouTube, schneller drehen an dem rundlichen Ding, weil ich ja so langsam rede. Wie schafft man es, Schluck Wasser? Wie schafft man es, grundsätzlich nicht in Konflikt mit den Großkonzernen zu kommen als Politiker und Journalist? Ja, indem man eben von vornherein davon ausgeht, dass es nur einen kooperativen Anteil gibt, dass alles auf Wahrheit rufußt, dass also die Pharmaindustrie ein Engel ist, ein Supergott in Vollweiß oder ein Vollgott in Superweiß ist und alles, was die machen, nur gut für uns Menschen ist. Also keine Spur, dass es einen antikooperativen Anteil geben könnte, die Erzeugung von tablettensüchtigen, medikamentensüchtigen Menschen und so weiter. Nein, das gibt es alles nicht. Also sozusagen während der Verschwörungstheoretiker es übertreibt und überall kriminelle Lügen widmet, ist der Mainstreamer, untertreibt sozusagen und zieht nur den kooperativen Anteil. Und wir als Naturwissenschaftler, die nextscientistsforfuture.de vom Weltrat, sehen natürlich auch, dass es einen riesigen antikooperativen Anteil gibt und der wird meistens durch die VIs ausgelöst, also die vorteilbringenden Irrtümer, sodass also sozusagen VIs, vorteilbringende Irrtümer, die wirken in der Weltbevölkerung als parasitäre, also schmarotzerische Meme, beziehungsweise Killerviren des Geistes, infizieren die Weltbevölkerung und zerstören deren Leben. Und natürlich muss es deswegen wegen des antikooperativen Anteils auch Glückszerstörung geben, denn unglückliche Menschen konsumieren im Durchschnitt mehr als glückliche Menschen. Also schauen wir uns doch mal an, wie das dazu kommt. Also nochmal ganz kurz zum millionsten Mal natürlich. Ah, jetzt schaltet sich das wieder zurück. Dann müssen wir es halt wieder groß drehen. Das scheint so nicht immer so zu funktionieren, wie es soll. Sie sehen jetzt also hier, ich kann das ja hier unten machen mit der Maus. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn ich das hier... Die Maus ist größer, wenn ich es hier unten mache. Ich glaube, Sie sehen ja die Maus. Dann mache ich es doch hier unten. Hier sehen Sie den ersten Früharzt und Frühhändler. Und der sagt, toll, eure natürliche Lebensweise und eure natürliche Ernährungsweise. Ich helfe euch nur dabei, mache es euch ein bisschen leichter. Aber dann braucht ihr mich, weil ihr so starke Immunsysteme habt, gar nicht als Früharzt. Fast gar nicht oder praktisch nie. Und ich mache... So, der lebt in der Wahrheit. Also hier haben wir es mit dem... Mit Wahrheiten zu tun. Und der sagt dann auch, naja, eure natürliche, glücksbringende Lebensweise, was man heute nennen könnte, sowas wie eine urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-Kommunen-Lebensweise. Wir haben das Phänomen, dass wir auf der ganzen Erde Millionen Wohngemeinschaftsprojekte, Mehrgenerationen-Wohngemeinschaftsprojekte, Kommunenprojekte aller Art, experimentelle Gesellschaftsgestaltungsprojekte aller Art haben. Ja, warum haben wir die? Weil viele Menschen ahnen, dass ihre natürliche Lebensweise unterdrückt und zerstört wird. Oft wird auch gesagt, früher waren die Leute glücklicher in den Großfamilien und das wurde ja irgendwie, ging das verloren. Naja gut, es ging deswegen verloren, wegen des Prozesses, den ich jetzt beschreibe, weil nämlich der einsame, kaufsüchtige Single mehr Geld bringt. Und eben nicht der Kommunenmensch, der alles mit anderen teilt und so weiter. Ja, und dann kommt jetzt, jetzt ist das entscheidende Erkenntnis, dass es eben nicht nur solche Naturgesetze wie die Gravitation gibt, sondern auch das Naturgesetz Mutation und Selektion. Und deswegen diese Mutante hier, dieses Kind vielleicht, diese Mutante hier ist sozusagen jetzt, hat eine Mutation und irrt sich, eine mimetische Mutation und irrt sich und sagt so Dinge wie, fängt jetzt plötzlich an, glückszerstörend zu wirken. Nee, ist das ekelhaft, ist das widerlich. Also der fängt an, die natürliche Kommunenlebensweise, die glücksgrößte Glücksquelle der Menschheit, madig zu machen. Und dann sagt er auch noch, naja, also auch euer gesamter natürlicher Lebens- und Bewegungs- und Ernährungsstil ist völlig unwichtig. Das entscheidet nicht über Gesundheit und Krankheit, denn krank wirst du in Wirklichkeit nur dadurch, dadurch, dass sozusagen da so winzige Dinger gibt, die wir später Viren, Bakterien, Pilze und so weiter nennen werden. Und die sind die eigentliche Krankheitsursache. Und Essen, du kannst auch meine denaturierte Nahrung essen und dieser natürliche Lebensstil, oh, widerlich, ekelhaft, hört auf damit, dieses ständige Schmusen und Gestille und dieser ständige Körperkontakt überall. Ekelhaft, widerlich. Und die Leute, die auf ihn hören, werden jetzt alle chronisch krank, weil die haben kein Lebensglück mehr, die unterdrücken selbst ihr eigenes Lebensglück und halten das für krankhaft, sozusagen diese natürliche Lebensweise. und dadurch sozusagen letztendlich kriegen sie einen Glücksmangel. Aufgrund des Glücksmangels werden sie süchtig, werden esssüchtig, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Tabletten süchtig und so weiter. Und dann kann dieser Früharzt, Frühhändler, unendlich viel verkaufen, unendlich viel Suchtmittel sozusagen und Tabletten und Operationen, Chemotherapien, Impfungen, Tests, Masken und so weiter, kann unendlich viel verkaufen. Und dadurch kann er hier ein leibliches Kind, drei Enkel, vier Urenkel und so weiter ernähren und wird der Vorfahre, der leibliche Vorfahre von Trosten, Bieler, Lauterbach, Aldi, Alnatura und so weiter. Und hier hat er auch noch geistige Schüler, eine Zeit lang ist es immer nur einer und dann ein paar Generationen lang und dann explodiert es. Dieser Schüler macht eine Akademie auf und dann sind es plötzlich fünf. Und dann wird er eben auch der geistige Vorfahre, der mimetische, gedankliche Vorfahre von Trosten, Bieler und Lauterbach. Und seine vorteilbringenden Irrtümer werden zum allgemeinen Studieninhalten der Pseudowissenschaften, die in Wirklichkeit Geldbeschaffungswissenschaften heißen sollten, Geldmachindustrie-Wissenschaften heißen sollten, weswegen wir ja auch eine Wissenschaftsreform brauchen, damit nicht Konzerninteressen an Universitäten ausgebildet werden in Zukunft. Das geht ja nicht. Und vor allem nicht in so schlechter Qualität. Ja, das heißt also, schauen wir mal, gehen wir wieder zurück zu den Kurznachrichten. Ach so, nee, vielleicht noch mal ganz kurz. Gehen wir noch mal zurück. Ganz kurz noch mal zu den, ich bleibe besser vielleicht doch oben, nee, ist doch besser hier unten. die, wie löst man das Problem? Ja, man erkennt jetzt, also man muss also arbeiten können mit den vorteilbringenden Irrtümern, den parasitären Memen, den Killerviren des Geistes. Und die wollen wir jetzt ja aussterben lassen, damit die Menschen wieder glücklich werden, die Sucht verlieren, die Krankheiten verlieren. Und wie müssen wir das machen? Wir müssen diesem sich irrenden Früharzt und Frühhändler einfach die Beute wegnehmen. Wir setzen die positiven Anreize so, dass Geld nur noch bekommt, wer nachgewiesenermaßen mein Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher gemacht hat. Dafür gibt es noch Beute, für anderes gibt es keine Beute mehr. Also wird der dann entweder pleite gehen oder er holt sich von uns die Wahrheiten ab und wird dann sozusagen ein wahrheitstragender Arzt und Händler und er verbessert meine Gesundheit und mein Glück und mein Reichtum. Wir kriegen also dadurch auch dann ein riesiges Wirtschaftswunder, weil ja dann endlich die ganzen Krankheitskosten und alles eingespart werden wird durch die dann noch übrig bleibenden besten Ärzte. Und die anderen brauchen wir händeringend in der Wirtschaft, weil kluge Köpfe werden überall händeringend gebraucht. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die bringen wir alle sofort unter in der Wirtschaft. Und die werden ja auch erst ganz allmählich werden, einzelne ihre Praxen schließen müssen, weil sie irgendwie kein Händchen haben für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. So, und dann hier diese Wahrheitsorientierten, die bis jetzt immer ausgestorben waren, die bis jetzt keine Überlebenschance hatten, die sozusagen rücken an diese Stelle und die hier, die vorher hier waren, die übernehmen unsere Erkenntnisse und werden dann wahrheitsorientierte Ärzte und Händler. Das ist eigentlich schon die ganze Lösung. Und die Kurzformel lautet, wir lassen vorteilbringende Irrtümer, A-A-V-I's aussterben lassen durch P-A's. Wir lassen durch, wir erheben die richtigen Messgrößen. Die Messgrößen kann ich ja gerade mal zeigen. Ich habe ja jetzt hier alles, das meiste da. Schauen wir mal. Jetzt haben wir die Messgrößen zur Auswahl. Wo haben wir sie? Zum Beispiel, das sind so ein paar Vorschläge für allgemeine Messgrößen. Ich gucke gerade mal, ob ich das da oben noch größer kriege. Das könnte noch. So. Na, jetzt ist es wieder kleiner geworden. Diese Technik. Ja. So. Und jetzt kann ich wieder darunter. Diese. Das wären so allgemeine Messgrößen. Was ist das hier? Ja. Ja, da kommt, da blendet sich irgendwie immer so eine Fehlermeldung ein. Aber das kann ich jetzt nicht verhindern. Man kann es trotzdem lesen. Wohlfühlnoten, Wohlfühlstimme. Ja, das könnte eine neue Wahlstimme, die uns zum Herrscher über die Konzerne macht und über die Politik und über die Journalisten macht und so weiter, dass also eine, die uns Menschen, uns WählerInnen zum Herrscher über alles macht, die könnte das eine Messgröße sein, Gesundheitsaufwandskurven, zum Beispiel Gesundheitskostendaten, tatsächliche Gesundheitsaufwand und so weiter hier und Steuer- und Abgabenleistung und so weiter. Damit kann man das Bildungs- und Erziehung, die Bildung und Erziehung mit positiven Anreizen ausstätten. Also für jede Branche gibt es dann noch spezielle Messgrößen. Früher haben wir sie Steuerungselemente genannt. Ich kann das hier oben auch wegmachen. Dann ist das, ja, dann können wir, früher hießen die dann Steuerungselemente. Ja, und so haben wir dann also alle Probleme gelöst. Also VIs aussterben lassen durch PAs. Und ja, und dafür braucht man 50 Jahre Erfahrung. Wenn man das versucht, ohne 50 Jahre Naturwissenschaftserfahrung, wird man den Staat eher kaputt machen, weil das sehr schwierig ist im Detail. Die Tücke steckt im Detail. Ja, zum Beispiel, man denke an Economy for Mankind, ja, die sozusagen, ja, ich sollte wieder zurück, weil Google ja immer Probleme hat, sonst muss ich extra den Thumbnail noch neu setzen. Ja, jetzt, Google hat immer Erkennprobleme und mag bestimmte Bilder mehr als andere. Economy for Mankind steht für uns stellvertretend für die ganzen, ja, ich nenne sie mal linksradikalen Reformer, Experten. Wir haben die auch wieder für heute Abend eingeladen, noch keine Rückmeldung, weil wir natürlich gerne mit Gegnern diskutieren, die aus unserer Sicht unzureichende Reformkonzepte haben. Ja, Schluck Wasser, Geld allein macht glücklich. Das ist, glaube ich, das Credo von Economy for Mankind. Geld allein macht glücklich. Dabei wissen wir aus der Naturwissenschaft, Geld macht allein macht eben nicht glücklich, ja, sondern wir müssen den Menschen ja auch ein gesünderes, längeres, reicheres, glücklicheres Leben ermöglichen und dazu reicht Geld nicht. Stellen wir uns, also das Konzept von Economy for Mankind heißt, wir beschaffen euch viel Geld, aber was fängt ein Heroin-Süchtiger, ein Alkohol-Süchtiger, Zucker-Süchtiger, Süßigkeiten-Süchtiger, Übergewichtiger und sonst fängt er mit dem Mehrgeld an, er wird noch kränker und noch unglücklicher und sein Leben wird noch zerstörter, weil er wird damit Drogen kaufen, Geschmacksdrogen, Heroin, Alkohol, Zigaretten, Medikamente, ja, der wird nicht unbedingt glücklicher dadurch, ja, der wird natürlich seine Drogenkicks haben, aber in der Summe, ein glückliches Leben wird das nie mehr, ne, Schluckwasser. Ja, und am Ende, das ist das Dilemma, dass dann am Ende steht, Armut für alle, wenn ich nämlich den Bogen überspanne und versuche, eine brutale Umverteilung von Reich Richtung Arm zu machen, von gut verdienen zu weniger gut verdienen, dann kann es mir passieren, dass die dann zurückschlagen und aufgrund des Zurückschlagens zum Beispiel, indem sie das Land verlassen und ihre Gelder mitnehmen, wird Deutschland ein bettelarmes Land und dann werden wir alle so arm sein, wie in der DDR. Die Frage ist, wollen wir alle so arm sein und wir werden wahrscheinlich noch ärmer sein als die DDR, denn die hatte ja die Mauer und hat ja die, die nicht rechtzeitig geflüchtet sind mit ihrem Vermögen festgehalten, im Gefängnis gehalten. Und wir, wenn wir keine Mauer haben würden, dann wären irgendwann alle Reichen weg und alle Gutverdienenden, so wie Michael Schumacher und all die anderen Rennfahrer, einfach weg sind und nicht mehr besteuert werden können. Und dann sind wir noch viel ärmer als in der DDR. und dann sind wir alle gleich arm, wie Professor Hans-Werner Sinn so schön sagt, dann sind wir alle gleich, aber alle gleich bettelarm wie die Kirchenmäuse. Ich versuche letztendlich in den Talks fehlendes Wissen zusammenzufassen und dabei muss es eben oft, und oft ist das fehlende Wissen ist ja auch geprägt, also wenn jemand voll ist im Kopf von vorteilbringenden Irrtümern, also selbst mit einer Branche verfilzt ist, in der diese Irrtümer vorteilhaft sind oder als Opfer dieser vorteilbringenden Irrtümer anzusehen ist, weil er selbst in seinem Kopf zu viel vorteilbringende Irrtümer reingedrückt bekommen hat und die dann in seinem Kopf als parasitäre Meme, als Killerwären des Geistes schädigend wirken, manipulativ wirken, dann versuche ich ja dieses fehlende Wissen sozusagen reinzubringen. Ja. 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 Geld allein. Ja. Mit dem Früharzt und dem Frühhändler, das habe ich ja alles schon erklärt, macht, ja, der Früharzt und Frühhändler macht halt uns unsere natürliche Lebens-, Bewegungs- und Ernährungsweise madig, zerstört damit unser Lebensglück und bringt uns zum Kaufen. Er macht uns Kauf- und Shopping-süchtig. Der neue Spruch lautet ja, Shopping macht süchtig. Und die Reformer, die nur Geld umverteilen, da kann man sagen, ja, die sagen quasi, Geld allein macht uns glücklich, Shopping allein macht uns süchtig, Kaufen allein macht uns glücklich und haben sozusagen da sozusagen auch wieder einen einzigen Irrtum, den sie als Reformkonzept uns anbeten. Ja, und sind dabei auch eben wieder völlig blind für den antikooperativen Anteil, denn der hier, der antikooperative Anteil, ja, und das, was in den Medien ist, zum Beispiel, da ist jetzt eine Berichterstattung, dass angeblich unsere Krematorien jetzt viel zu tun hätten, das kann gut sein. Wir hatten ja früher die Meldung, dass die Bestatter Kurzarbeit haben, weil eben zu wenig gestorben wird und die Bestatter hatten ansatzweise erkannt, wenn zu wenig in den Krankenhäusern operiert wird oder behandelt wird, dann wird auch zu wenig gestorben und im Moment wird halt wieder kräftig behandelt in den Krankenhäusern und dann wird auch wieder viel gestorben. Und niemand hier, beim Mainstream ist niemand offen für die Überlegung, die natürlich als Naturwissenschaftler, jeder gute Naturwissenschaftler muss immer offen sein für die Möglichkeit, dass es die Medizin ist, die tötet. Ja, vielleicht im Moment brummt das Geschäft, das wird viel behandelt und dann wird auch wieder viel gestorben, weil durch bestimmte Irrtümer viele Menschen zu Tode gebracht werden und diese Möglichkeit schließt man von vornherein aus. Also von vornherein schließt man diese Möglichkeit aus und das ist antinaturwissenschaftlich. Das ist nicht wissenschaftlich. Das ist zutiefst antinaturwissenschaftlich. Deswegen, vielleicht gilt die Formel einfach in unseren westlichen Kulturen, je mehr behandelt wird, desto mehr Tote. In Weißrussland erfolgt keine Behandlung, man reagiert auf Corona genauso wie man auf jeden Winter Atemwegserkrankung bisher auch reagiert hat und deswegen gibt es dort wahrscheinlich keine Toten, denn sonst würden ja alle Medien und alle, die den Präsidenten hassen wie die Pest, die würden nur noch eine Botschaft rausbringen, unser Präsident ermordet uns alle, indem er uns nicht vor Corona schützt und sowas hört man überhaupt nicht. Da kann ich doch als naturwissenschaftlicher Denker nur sagen, Weißrussland macht alles richtig und wir machen alles verkehrt. Aber das ist eben, weil, wenn man die Evolution versteht, darf man jetzt nicht unterstellen, dass das alles geschieht, weil wir da hier lauter kriminelle Lügner hätten. Nein, sondern weil die Menschen des Mainstreams, die Politiker, die Konzerne selber, die Journalisten alle eine Evolution hinter sich haben, in der sie sozusagen völlig blind geworden sind für einen möglichen antikooperativen Anteil, für vorteilbringende Irrtümer, gar keine Wahrnehmung haben, weil sie auch keine Kenntnis der korrigierten und kompletierten mimetisch-genetischen Evolutionsbiologie haben, keine Kenntnis der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre und der evolutionsbiologischen Politikwissenschaft haben, nichts davon, null Ahnung von nichts haben, Unwissenheit ist die Wurzel alles und dadurch sehen sie immer nur den kooperativen Anteil und sehen Ärzte, Trostenwieler Lauterbach und die Impfindustrie, Testindustrie, Maskenindustrie als reine Engel an, gute Freunde, die uns nur Gutes tun und die keinerlei Tendenz haben, auf unsere Kosten unser Leben zu ruinieren. Ja, das war es doch jetzt. Und das heißt, was braucht man alles? 50 Jahre Erfahrung. Ich zeige nur mal, um das nochmal zu zeigen. Na, jetzt habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Da ist richtig. Ja, es beginnt schon damit an, dass wir alle sozusagen viel zu geringe, ja, ich mache das mal so schön groß, viel zu geringe Kenntnisse der Evolution haben, der letzten 13,8 Milliarden Jahre Evolution haben und von daher wenn man von Naturwissenschaft keine Ahnung hat, dann hat man auch keinen Blick für den antikooperativen Anteil. Und jetzt gucke ich nochmal hier, ich gehe nochmal hier hin, um zu zeigen, dass es da noch drei weitere Bilder gibt. Jetzt muss ich nur das wieder zurückziehen. ja, jetzt habe ich es zurückgezogen und jetzt kann ich weiterklicken. Hier wird ja gezeigt, ich mache das mal schön schnell größer, damit Sie das unten schön groß sehen, auf dem zweiten Bildschirm. Na, jetzt habe ich es aber zu groß gemacht. Also, Sie sehen es jetzt aber vor 13,8 Millionen Jahren. Damals hatten wir einen Aufstieg unserer Gehirngröße von einem halben Liter Richtung 1,5 Liter. Hier fing dann vor 400.000 Jahren ab Erfindung Tauschhandel Marktarbeitsteilung die Kurve an sich abzuflachen. Es kamen also schädliche Elemente, Aspekte für das Hirnwachstum auf und jetzt vor 40.000 Jahren kippte die Kurve, also vor 0,04 Millionen Jahren, vor 40.000 Jahren kippte angeblich die Kurve und wir haben jetzt 0,15 Liter, also schon ein Glas voll Hirnsubstanz verloren durch evolutive und toxische Prozesse und werden also immer dümmer. Wir degenerieren, wir werden auch körperlich immer schlechter, wir schleichen am Rollator irgendwann dahin. Das ist die Zukunft, die uns erwartet, Degeneration. Und jetzt können wir weiterklicken. Ja, das ist nochmal ein Bild und jetzt das war's. Also das heißt, funktioniert doch sehr gut alles, die Technik für heute Abend ist gut vorbereitet, jetzt muss ich hier wieder zurück. Das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Jetzt muss ich hier wieder hier runter und dann kommt heute Abend später dann nochmal die Talkshow. So, jetzt müsste sich das doch abschalten lassen. 31 Minuten. Tschüssi, bis bald. eine um